Mein Sohn kommt nach Hollywood. Ben, es geht nur ums Ego. Die ganze Stadt ernährt sich von Egos. Ich bin Bobby. Von Woody Allen. Gibt es mehr hübsche Frauen in Hollywood oder in New York? Danach entscheiden sie, wo sie leben wollen. Liebe ist nicht rational. Verliebst du dich, stürzt du. Ist das gut oder schlecht? Café Society. Ab 10. November im Kino.